Oh nein! Nicht die! Haut ab! Ach, ich hab ne Taktik. Passivmodus. Und sie haben mich überfahren. Meister the King. Mhm, da spricht er einmal Englisch und einmal Deutsch. Also so gute Kenntnisse in Sprachen. Mhm. Also das hab ich auch noch nicht mehr gesehen, dass man so gute Sprachkenntnisse hat. Wie dieser Penner. Jetzt bin ich aber im Passivmodus, das ist ein bisschen scheiße. Ich mach mal im Passivmodus raus. Ich mach das jetzt aktivieren. So, wo sind die zwei Meister? Ja. Mhm, ich fahrt ja 2000 Kilometer weit weg. Kann ich jetzt nicht meine Waffe benutzen? Ja, meine Lieblingswaffe. Ich werd nochmal Teto-Var killen. Weil ich einfach Bock hab. Und weil ich's kann. Ich ruf einmal kurz. Nein, komm. Ich hol mir hier so ein Auto. Teto-Var. Wo bist du denn? Da hinten. Da ist noch Eru. Hey, hey, hey. Ah, Alter. Wie weit hat er mich bitte gerade weggeworfen? Alter. Eru ist weg. Auf einmal. Yo. Wie viele Leute sind hier bitte in der Sitzung 15? Ich hab's gesehen. Ähm. Teto-Var. Ich brauch' ein Auto. Hilfe. Du. Ich brauch' dein Auto. Aber sofort. Ah. So. Nein, Musik. Aus. So, Teto-Var ist da hinten. Mit seine Kumpel. Wer ist sein Kumpel? Keine Ahnung. Ich versuch's einfach mit den beiden aufzunehmen. Oh, ich nehm' mir ja schon auf. Best Joke ever. Ich glaub' die zwei fahren in der ganzen Stadt rum, um Leute zu killen. Ich ruf' aber lieber noch mal Lester an. Lester, Lester, Schwester. Ah, Kopfschauen weg. Dann will ich nämlich Teto-Var töten. Oh Gott, da kommt noch ein anderer angefahren. In einem gepanzerten Fahrzeug. Den geh' ich aber mal schön aus dem Weg. Simon's Surgeon. Ich glaub' die sind auf dem Dach. Can that sein? Aufpassen, da oben ist einer gleich. Nein, das ist ne'n Kops. I want to shoot on his body. Der ist, wie es aussieht, auf dem anderen Dach. Ey, bekriegen die sich da oben auf den Dächern? Wenn ja, mische ich mich auch mal ein. Boah, wie die Bullen da hochklettern, ne? Ich möcht' doch nur der Polizei helfen. Was hat denn ne Minigun? Teto-Var, was bist du überhaupt für'n Rang? Äh, Teto-Var, 471. Ich hab' den gerade gekillt. Was macht denn der da oben? Ich lauf' doch mal ne Granate hoch, ob der noch ganz bei Winnung ist. Die Granate ging mal voll daneben. Jetzt dreht er sich um und denkt sich so, hm, mach ich mal durch? Schmeißt da jemand. Granaten zu mir hoch? Boah, der schmeißt Granaten zurück. Da ist er. Ich hab'n grad' gesehen. Oh mein Gott, ich hab' den nicht. Alter, meine Leben. Ich glaub', man kann sie in der Aufnahme nicht sehen. Egal, morgen werd' ich das besser machen. Ich werd' jeden Tag so zwei Folgen GTA Online machen. Schon gerespawnt? Ja, da hinten irgendwo. Heftiger Gangfight. Oh, das Rotflipen-Munni brauch' ich auch nicht. Das ist alles so scheiße. Jetzt geh' ich mal aufs Dach. Oh nein, der kommt zurück. Ich glaube, ne, er nimmt keine Rache, obwohl, obwohl, doch, das könnte wirklich sein, dass er jetzt hier Rache nimmt, nehmen will. Ich glaube, ich hab' da eine Mini-Gun gesehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Komm, bitte, bitte, bitte. Hey, wo ist der? Ist da hinten irgendwo? Da. Ach, scheiße. Ich möchte ihn killen. Miau. Miau. Nee, mit der Waffe nicht. Die Waffe ist zu scheißen. Ich glaub, meine eine Pfältstasse ist kaputt. Hä, Leute, was geht denn ab hier? Jetzt hier. Ich bin mal eine bisschen stärkere Waffe. Ich glaub, der ist wieder da oben wach. Und will campen. Aber das darf ja nicht bei mir. Ich hasse, Camper. Ja, und natürlich ist er jetzt wieder 10.000 Kilometer weit weg. Immer schön auf den Kopf ziehen, ist mein Motto. Da kommt jetzt gerade noch ein anderer dazu. Mr. Anders, wenn ich ihn einfach mal. Und ein Infovideo, wie man in die Crew kommt. Hier, ich bin ja in einer Crew. Das sieht man hier vielleicht, wenn man hier irgendwo meinen Namen sieht. Ja, ganz unten. Ich bin in einer Crew, die heißt IGN. Wenn ihr in die reinkommen wollt, werde ich heute vielleicht auch noch ein Video machen. Ich bin in einer Crew, die sind zwei Tätoware und der andere. Ratatatada. And I killed him. Oh Gott, oh nein. Ach, scheiße. Dann killt man einen und der andere nimmt gleich Rache. Ich will den, entweder waren sie Feine oder Feine. Und der hat mich einfach so gekillt. Den P-Gott. Scheiße, 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 scheiße. Geh weg. Geh weg von mir. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich bin gleich schon wieder. Yo. Ich werde von zwei Seiten attackiert. Von hinten und von vorne. Das ist ja mal überhaupt nicht unfair, wenn man von hinten und von vorne noch erwischt wird. Aber ich wollte mal nicht rum. Rum, bum. Weil ich will MP-Gott sein. Das stimmt. Guck mal, sind sie verrückt? Sind sie völlig banane? Laufen sie hier einfach gegen mich? Tätoware ist tot. Alles klar. Entweder war es ein Sniper. Anna, Love, Lena. Lesbisch. 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 Was soll ich denn nur? Sorry, sorry, sorry. Oh, shit, sorry. Alter. Anna, Anna, Love, Lena. Ist Rang 8. Ernsthaft, ganz oben. Wirklich. Die ist Rang 8 und tötet den Rang 471er. Na, kann man mal machen. Sie hat auch mich gekillt, aus dem heiteren Nichts. Warte mal, hat man mit Rang 8 einen Sniper? Ich weiß es gar nicht. Ob man mit Rang 8 einen Sniper hat. Aber egal, ich muss kurz gucken, ist die da hinten. Irgendwo, ja, das ist da irgendwo hinten. Kann ich jetzt drüber klettern? Natürlich nicht. Aber ich kann hier drüber klettern. Und dann falle ich hier runter. Okay, jetzt mache ich hier viel Lebenabzug. So, ich möchte einfach mal ein bisschen der Polizei helfen. Und Anna, Love, Lena umbringen. Ich nenne sie jetzt einfach Lesper. Quakel! Wie, hat er das zu mir gesagt oder zu denen? Weil da sind jetzt auch noch zwei Punkte auf der Karte. Da ist einer. Nein! Was? Der kriegt einfach null Schaden. Boah, da kommt der Lambo. Alter, den, wo ich gerade die ganze Zeit anschieße, der kriegt ja mal null Schaden. Achso, die Bullen schießen auf mich. Hey, habt ihr das gesehen? Der hat null Schaden bekommen. Ich schreibe denen jetzt, dass ich das aufgenommen habe. Weil er hat einfach null Schaden bekommen. Hä? Oh. Hier ist irgendwas in die Luft geflogen. Aber ich gehe dazu erstmal in Passivmodus. Passivmodus aktivieren. Wie hieß der? Ach, scheiße, ich weiß nicht, wie der hieß. Smoky Jesse oder so. Auf jeden Fall war der komplett schwarz gekleidet. Ja, genau! Warum nicht? Auf jeden Fall, ich hab's auf Video. Ihr habt gesehen, ich hab ihn in den Kopf geschossen. Ich hab ihn komplett reingeschossen. Einer von null Schaden kassiert. Ich werde jetzt nochmal das Passivmodus rausgehen. Ich werde jetzt auch mal neun Sekunden warten. Wie die Eiskalt überfahren wurde gerade. Das ist unmöglich. Das darf man doch nicht. So. Entweder macht meine Waffe nur Schaden, was keinen Sinn ergibt. Oder der Junge hackt oder mottet. Guten Tag, Mr. Black Power. Da macht's Bum bei Ihnen Black Power. Black Power 94. Oh, da kommen auch schon wieder die nächsten Bullen. Geht mal weg hier. Da kommen auch schon wieder die nächsten Bullen. Geht mal weg hier. Da hinten läuft der nächste Bulle. Okay. Okay. Noch was Neues. Baboon. Sniper. Da sind jetzt irgendwo gespawnt. Bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank.